Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Ich habe mir nämlich ganz spontan was überlegt. Das habe ich gestern schon auf den sozialen Netzwerken geteilt. Und zwar gibt es ab morgen, dem 1. Dezember, einen WhatsApp-Adventskalender, wenn ihr mögt. Dazu müsst ihr einfach nur unten in der Infobox auf den Link gehen und euch dazu anmelden. Und dann bekommt ihr jeden Tag von mir eine Sprachnachricht mit meinen Tipps und Inspirationen für mehr Ruhe und Gelassenheit in der manchmal doch so stressigen Weihnachtszeit für uns Mamas. Ich freue mich auf jeden, der mitmacht. Es sind schon ganz, ganz viele seit gestern dabei. Komm doch auch du noch dazu. Und wir hören uns dann morgen. Bis dann. Tschüss!